Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Wir sollen jetzt ja mit der Wildexpertin reden, aber erstmal kümmern wir uns noch mit unser Schweinchen. Jupp, hat uns lieb. Sehr schön. Läuft uns jetzt wahrscheinlich wieder nach oben hinterher. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. So. Laderuckler hier an dieser Stelle, wie ihr seht. Nicht nice. Dann wollen wir mal mit der guten quatschen. Ah, was für ein Leben. Sieht der vierten, das beim Untersuchen verdächtiger Spuren verletzt wurde? Ah, ne, ich bin daran, weiß ich gar nicht. Außerdem wurde Pukepuke in der Wildturm-Ödnis gesichtet. Das ist nicht ihr natürlicher Lebensraum. Was hältst du davon? Vielleicht sollten wir aus dem Halbruhestand zurückkehren und auf eine Explosion gehen. Wir müssen in Form bleiben. Die Spuren waren in der Wildturm-Ödnis. Was meinst du? Wollen wir uns das mal ansehen? Ja, klar. Können wir machen. Ja, gut. Wollen wir mal rein? Wollen wir mal rein? Wollen wir mal rein? Bis zum nächsten Mal. 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 ausschalten. Dafür entsende ich unsere besten Teams. Gute Idee. Zweitens. Wir müssen die Arbeit der Fünften wieder aufnehmen und mehr über das neue Monster erfahren. Okay. Haltet da draußen die Augen nach Hinweisen offen. Wird gemacht. Verstanden, Sir. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Gar keinen Fall. Gut. Aber seid extrem vorsichtig. Diese Monster haben nichts mit den uns Bekannten gemein. Definitiv. Wir sind immer vorsichtig. Ei, ei. Das Befehl. Ja. Es wird spannend. Oder es bleibt spannend. Nimm hochrangere Explosionen, optionelle Quests an Razzian-Spuren zusammen und mehr über diese geheimnisvollen Monster herauszufinden. Sammle genug Fragezeichen Razzian-Spuren und schließe Quests ab, um Forschungspunkte zu erhalten. Hast du benötigen Punkte auf der Erstatte der ökologischen Forschungsgruppe Bericht, indem du besondere Unterstützung auswählst. Ein neuer Auftrags-Quest wird dann erstellt. Okay. Ja, okay. Das sind diese... Ich lese das jetzt nicht alles vor. vor. Ja. Quest 6 und höher sowie hochrangige Explosionen sind jetzt verfügbar. Ja, wir sind jetzt in hohen Rängen. Ob nun Rathian oder nicht, wir müssen dieses Monster finden. Machen wir. Aber... Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Jasper.